Niedermolekulare Inhibitoren sind zielgerichtete Therapien, die ganz spezifische Signalwege in einer Lymphomzelle, in einer Waldenstromzelle blockieren können und inaktivieren können. Was sind die Niedermolekulare Inhibitoren? Inhibitoren sind schon ab der ersten Linie bei Morbus Waldenstrom zugelassen, vor allem für Patienten, die keine Immunchemotherapie bekommen sollten, weil sie beispielsweise einen zu eingeschränkten Allgemeinzustand haben. Es kann aber auch sein, wie beispielsweise in der Zeit, in der wir jetzt leben, in der Zeit einer Covid-19-Pandemie, dass der Einsatz einer Immunchemotherapie von einem Nachteil ist für die Patienten, weil sie einem zu großen Risiko ausgesetzt werden, an einer Covid-19-Infektion schwer zu erkranken. Hier macht auch bei fitteren Patienten es durchaus Sinn, Niedermolekulare Inhibitoren, PTK-Inhibitoren wie das Iputinib oder das Zahnobrutinib schon in einer frühen Therapielinie, in der ersten Linie einzusetzen. Therapien mit Niedermolekularen Inhibitoren, die für Waldenstrom zugelassen sind, und das sind Iputinib und Zahnobrutinib, sind Dauertherapien. Das sind orale Therapien, also Tabletten zu schlucken und Therapien, die, wenn man sie einstellt, auch dauerhaft eingenommen werden müssen. Ähnlich wie ein Antihypertensivum. Bei den PTK-Inhibitoren sind einige Nebenwirkungen, die wir von Chemotherapien her nicht kannten, aufgetreten. Das eine ist, und das ist eine eher unangenehme Nebenwirkung, ist das Auftreten von Vorhofflimmern. Das eigentlich relativ häufig. Bei nahe bei 20 Prozent der Patienten kann das auftreten. Man darf nicht vergessen, dass Patienten in dem Alter, in dem sie behandelt werden müssen, auch ohne Waldenstrom und auch ohne einen PTK-Inhibitor eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, pro Jahr ein Vorhofflimmern zu entwickeln. Aber unter dem therapeutischen Einsatz von Iputinib ist es doch häufiger. Und eben 20 Prozent ist natürlich schon eine signifikante Größe. Andere Nebenwirkungen sind das Auftreten von Gelenksbeschwerden, die fast rheumatoide Gelenksbilder oder Beschwerdebilder ausmachen können. Ein weiterer unangenehmer Effekt bei dem Einsatz von PTK-Inhibitoren ist das Auftreten von Blutungen, leichte Blutungen zumindest. Das ist ein Thrombozyten, also ein Plättchen-Funktionsdefekt, der hier auftreten kann. Und Patienten neigen dann leichter zu blauen Flecken. Und wenn man genauer auf die Finger schaut oder auf diese Zwischenhäutchen, das sind dann oft so Gefäßzeichnungen. Im Englischen nennt man das auch Bruising, so wie in leichten Schürfungen schaut das fast aus. Das sind so neue, neuerartige, sehr spezifische Nebenwirkungen, die unter PTK-Inhibitoren auftreten. Es zeigt sich auch, dass natürlich gerade diese Kombination dieser Nebenwirkungen, nämlich diese Störung in der Blutgerinnung, also mit der Blutblättchen-Funktion, und das Auftreten von Vorhofflimmern eine besonders ungünstige Kombination sind. Weil das Auftreten von Vorhofflimmern muss ja prophylaktisch wieder mit einer Antikoagulation, also einer Blutverdünnung, therapiert werden, damit keine Schlaganfälle auftreten. Das heißt, Patienten, die dann noch zusätzlich mit einer Antikoagulation behandelt werden müssen, haben noch einmal gesteigerte Blutungsnebenwirkungen oder ein gesteigertes Blutungsrisiko. Bei der Therapie mit niedermolekularen Inhibitoren ist das regelmäßige Einnehmen des Medikamentes wichtig. Das heißt, Sie müssen eine Routine entwickeln, wann Sie das Medikament einnehmen. Sollten Sie es vergessen, hängt jetzt natürlich vom Präparat ab, und da besprechen Sie das mit Ihrer Ärztin und Ihrem Arzt. Also mit Ihrer Chargen, Untertitelung des ZDF, 2020